97 17 jahre ja krass aber trotzdem eins der geilsten spiele überhaupt ich habe nicht gesagt das kann ich sagen dass es nicht geiler ist als final fantasy sie kann ich schon von fantasy hat eine viel bessere grafik na ja auf jeden fall das ist warum man so spiel natürlich als grafikkurisch wie geht es ich habe dich oh man ey wenn ich so an die alten konsolen so zurückdenk mein ich weiß gar nicht mehr meine schwester hatte damals das super nintendo mega gar nicht war dass das n es war das was er hatte es nicht super nintendo also n es war das mit diesen großen kassetten da ja bei meinem kumpel habe ich immer super nintendo gespielt dann war mein das erste was ich gekriegt habe war ein gameboy der graue alte der große ja und da hatte ich ich glaube drei spiele er hat drei spiele mario land oder wie könig der löwen und tetris alter könig der löwen ich bin an dem spiel geraged ja das war so behindert da musste man auf so giraffen drauf springen und die haben nicht mit ihrem kopf dazu nach hinten geworfen okay und das war dann voll schwer irgendwie damals den scheiß simba dazu lenken wenn du dadurch die gegend gewirbelt wirst ja das glaube ich und natürlich wie bei den alten spielen du konntest zwar den checkpoint setzen aber wenn deine leben weg waren dann musst du so wieder von vorne fangen matze 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 ok matze hat schon wieder ein dc achja bin ich habe habe es eigentlich schon geschobt und ins ja ok so ich port mich gerade noch mal zu achso, ja sehr klug ich würde sagen, ich warte noch bis Matze zurück ist dann lasse ich noch 2-3 mal springen und dann werde ich die Aufnahme beenden denke ich ich will jetzt hier einmal noch den Jump machen no jp so jetzt haben wir es 2 mal auf Band dass ich den Sprung geschafft habe gucke ich einfach schon mal weiter was hier oben steht possible tip crouch and walk in the vines oha und für was sind die Leitern ah klar immer noch runter fällt kann man wieder die Leitern nutzen ja ja crouch und walk ja gut ist ja nicht all zu schwer ich gucke schon mal weiter so now a relaxing ride oh cool ok das spare ich mal dann gehe ich nämlich gerade wieder zurück und dann und dann so bin ich hier oben dann dann stelle ich mich mal hier vorne noch hin und ich weiß nicht ich schreibe mal in Matze nochmal kurz user join your channel ach da ist er ja schon hab's wieder geschafft ok ja Matze ich habe den Sprung gerade nochmal geschafft also den 4er Sprung ok nice ich habe genau gesagt ich belasse es beim 4er Sprung ich gebe auf dann bock mal auf die oder warte ich mach noch 3 versuchen dann gebe ich auf probier doch den 4er Sprung achso ok wenn ich nicht mal runter fall dann ja ok ok ich war jetzt kurz davor die Aufnahme zu beenden hu hab noch geschafft ok jetzt komme ich nach vorne ich weiß noch nicht woran das liegt die ganze Zeit oh das Telefon hat es gerade überklingelt und dann tschupp machst du einen Attack ok ist ja wie früher vor wir gerade bei alten Zeiten sind ja ja genau das loll LOL oder spring einfach runter ist auch ok NEIN Bei uns im Geschäft steht noch so ein, also kein, also ein kabelgebundenes Telefon. Ein was? Ja, das ist voll komisch. Das ist richtig. Oh, ich hab's fast geschafft. Das ist richtig so, keine Ahnung. Oh, verdammt. Richtig ungewohnt. Ein kabelgebundenes Telefon. Ja, Mann. Das hatten wir aber auch noch bis, ich glaub, letztes Jahr oder so. Ja? Ja. Ich hab immer gesagt, brauchen wir mal, dass du mal ein gescheites Telefon holen ohne Kabel. Höflich so, dann, ja, dass ich hier telefonieren kann. Ja, kann ich auch so. Ja, aber du sollst nicht zuhören vielleicht. Also ich hab's geschafft. Ich will die bösen Nummern anrufen. Wie du hast es gemacht. Ja, was ist es? Toll, wie hast du's? Du bist einfach rübergesprungen, oder? Nee. Gehst du, du Schlingel? Nee, nee. Du kannst zwar am Anfang springen, aber du musst immer, ähm, Shift drücken. Fuck. Shift drücken und dann kurz bevor du im, in der Luft bist quasi. Bis dahin. Falls du ihr.